Dein Haus ist sehr schön. Dein Haus ist sehr schön. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Mit wem möchtest du sprechen? Mit wem möchtest du sprechen? Mein Auto funktioniert nicht. Mein Auto funktioniert nicht. Kannst du zu meinem Haus kommen? Kannst du zu meinem Haus kommen? Es ist nicht sehr teuer. Es ist nicht sehr teuer. Es ist sehr windig. Wer hat die Veranstaltung arrangiert? Wer hat die Veranstaltung arrangiert? Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das bedeutet? Ich will nur einen Snack. Willst du mit mir gehen? Do you want to go with me? Willst du mit mir gehen? Die Armee griffst die Stadt an. Die Armee griff die Stadt an. Ich will nur einen Snack. Ich will nur einen Snack. Hast sie ihn? Hast sie ihn? Hast sie ihn? Mein Hund ist blind. Die Armee griff die Stadt an. Die Armee griff die Stadt an. Der Streit war heftig. Der Streit war heftig. Sie können ihm nicht trauen. Sie können ihm nicht trauen. Ich bin sehr wohlhabend. Ich bin sehr wohlhabend. Hebe deine Klamotten auf. Hebe deine Klamotten auf. Er arbeitet immer noch für die Regierung. Er arbeitet immer noch für die Regierung. Welche mag sie mehr? Welche mag sie mehr? Welche mag sie mehr? Ich hätte gerne eine Rückerstattung. Ich hätte gerne eine Rückerstattung. Kommt sonst noch jemand? Kommt sonst noch jemand? Kommt sonst noch jemand? Ich sorge mich sehr um dich. Ich sorge mich sehr um dich. Gibt es irgendwelche Konzerte? Gibt es irgendwelche Konzerte? Die Straßen sind rutschig. Die Straßen sind rutschig. Hör auf, dich sonderbar zu verhalten. Stop acting weird. Hör auf, dich sonderbar zu verhalten. Welche Farbe hat das Auto? Welche Farbe hat das Auto? Ich muss mich umziehen. I need to change clothes. Ich muss mich umziehen. Ich gehe nie ins Kino. I never go to the movies. Ich gehe nie ins Kino. Bitte schreiben Sie es auf. Please write it down. Bitte schreiben Sie es auf. Kann ich meinen Freund mitbringen? Kann ich meinen Freund mitbringen? Ich weiß nicht, wie man es benutzt. Ich weiß nicht, wie man es benutzt. Er ist jetzt allein. Er ist jetzt allein. Can't see the answer. Does she know the answer? Can't see the answer. Sie sieht fern. She's watching TV. Sie sieht fern. Es ist oft sonnig. Es ist oft sonnig. Es ist oft sonnig. Meine Gesundheit ist großartig. My health has been great. Meine Gesundheit ist großartig. Ich mag kleine Städte. Sie werden gleich zurück sein. Wir essen zum Mittag. Wir essen zum Mittag. Vertraut sie ihm? Vertraut sie ihm? Die Party läuft noch. Die Party läuft noch. Elon Musk hat die Entwicklung des Tesla-Autos angeführt. Elon Musk hat die Entwicklung des Tesla-Autos angeführt. Wann möchtest du dich treffen? Wann möchtest du dich treffen? Wann möchtest du dich treffen? Wo tut es weh? Wo tut es weh? Wie schmeckt es? Wie schmeckt es? Wie schreibst du das? Wie schreibst du das? All deine Sachen sind hier. All deine Sachen sind hier. Ich hätte gerne eine Rückerstattung. Ich hätte gerne eine Rückerstattung. Tanzt sie gerne? Tanzt sie gerne? Does she like to dance? Tanzt sie gerne? Wie läuft es bei der Arbeit? Wie läuft es bei der Arbeit? Wie läuft es bei der Arbeit? Was ist mit ihr los? Was ist mit ihr los? Kannst du das für mich tragen? Kannst du das für mich tragen? Ich zahle für das Abendessen. Ich zahle für das Abendessen. Das Zimmer ist unordentlich. Das Zimmer ist unordentlich. Sind die Äpfel frisch? Sind die Äpfel frisch? Wo ist ein Bankautomat? Wo ist ein ATM? Wo ist ein Bankautomat? Um wie viel Uhr bist du aufgestanden? What time did you get up? Um wie viel Uhr bist du aufgestanden? Stehst du in der Warteschlange zur Toilette? Stehst du in der Warteschlange zur Toilette? George ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. George ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ist es sonnig heute? Ist es sonnig heute? Ist es sonnig heute? Hier ist dein Salat. Hier ist dein Salat. Hier ist dein Salat. Du hast kein Skateboard. Du hast kein Skateboard. Du siehst aus wie meine Schwester. Du siehst aus wie meine Schwester. Du hast schöne Haut. Du hast schöne Haut. Mein Hund ist blind. Mein Hund ist blind. Mein Hund ist blind. Was fürchtest du am meisten? Was fürchtest du am meisten? Ich lese die Zeitung. Ich lese die Zeitung. Du siehst aus wie meine Schwester. Du siehst aus wie meine Schwester. Ist die Bibliothek in der Nähe? Ist die Bibliothek in der Nähe? Was fürchtest du am meisten? Was fürchtest du am meisten? Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? Mein Fenster ist kaputt. Mein Fenster ist kaputt. Welche Straße soll ich nehmen? Welche Straße soll ich nehmen? Bist du an Musik interessiert? Bist du an Musik interessiert? Kommt sonst noch jemand? Kommt sonst noch jemand? Das ist eine umfangreiche Liste. Das ist eine umfangreiche Liste. Das ist eine umfangreiche Liste. Ich höre mir keine Musik an. Ich höre mir keine Musik an. Ich höre mir keine Musik an. Ich lerne nie im Bett. I never study in bed. Ich lerne nie im Bett. Ich habe mich noch nicht entschieden. I still haven't decided. Ich habe mich noch nicht entschieden. Sie kam zu früh zur Verabredung. Sie kam zu früh zur Verabredung. Wie ist der Wechselkurs? Wie ist der Wechselkurs? Ist es kalt in deinem Zimmer? Ist es kalt in deinem Zimmer? Sie kennen nicht viele Leute. They don't know many people. Sie kennen nicht viele Leute. Die Jamaicaner lieben das Bobfahren. Die Jamaicaner lieben das Bobfahren. Ich sorge mich sehr um dich. Ich sorge mich sehr um dich. Wie schreibst du das? Wie schreibst du das? Ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Mein Hund ist blind. Bist du für den Job geeignet? Bist du für den Job geeignet? Ist es ein formaler Anlass? Ist es ein formaler Anlass? Letztes Jahr haben wir Bhutan besucht. Letztes Jahr haben wir Bhutan besucht. Was ist mit ihr los? Was ist mit ihr los? Gehst du oft dorthin? Gehst du oft dorthin? Hast du genug Geld? Hast du genug Geld? Hast du genug Geld? Das Wetter ist heute heiß. Das Wetter ist heute heiß. Gibt es etwas günstigeres? Gibt es etwas günstigeres? Gibt es etwas günstigeres? Ich höre mir keine Musik an. Ich höre mir keine Musik an. Sie lag krank im Bett. Sie lag krank im Bett. Sie lag krank im Bett. Möchtest du gerne etwas Wasser? Möchtest du gerne etwas Wasser? Ich vermisse meine Heimatstadt. Ich vermisse meine Heimatstadt. Ich vermisse meine Heimatstadt. Du hast kein Skateboard. Du hast kein Skateboard. Ich zahle für das Abendessen. Ich zahle für das Abendessen. Wie lautet dein Nachname? Wie lautet dein Nachname? Hast du Fred gestern gesehen? Hast du Fred gestern gesehen? Wie lange wird es dauern? Wie lange wird es dauern? Hast du Fred gestern gesehen? Hast du Fred gestern gesehen? Weißt du, was da steht? Weißt du, was da steht? Er hat keine Freundin. Er hat keine Freundin. Hat er mich angelächelt? Hat er mich angelächelt? Wann öffnet die Bank? Wann öffnet die Bank? Wann öffnet die Bank? Wann öffnet die Bank? Wo ist ein Bankautomat? Wo ist ein Bankautomat? Wo ist ein Bankautomat? wo ist ein Bankautomat? Wann öffnet die Bank? Denkst du, es ist möglich? Do you think it's possible? Denkst du, es ist möglich? Und das ist natürlich.